Ich habe einfach mal geklickt und alle sagen okay, deswegen wird's bei Waterworld. Leider auch nicht, 11 Millilie irgendwas. Ich habe auch nur einen Scope. Ich habe nur einen Red Dot. Ich hätte noch einen Foregrip, wenn jemand haben will. Der ist gerade umgekippt. Hat da jemand geschossen? Ich schieße auch. Was für ein Hügel? Nordosten. Nordosten, okay. Der Hügel ist bei der Halle oben. Nee, weiter unten. Schon weiter unten Richtung 60. Achso. Der wurde von der Ska weggeknallt und auch gleich getötet. Ich dachte, ich kann einen Kill wegklauen. Habt ihr die Häuser hier gelootet? Nee, die waren gelootet. Die sind gelootet und sind dann dorthin. Das heißt, wir haben hier vorne eine Leiche liegen und Gegner, die in der Stadt sind. Sehr schön. Aufm Haus, aufm Haus. Ja, da schießt du auch. Hab einen ausgenockt. Schön. Der ist runtergesprungen, einer. Ich springe mal meinen First Aid Kit. Der ausgenockte ist gestorben. Das ist noch einer hinterm Haus. Von euch, nötlich. Ja, nötlich. Ja, ich hab ihn gesehen. Er ist nach rechts hinten gelaufen. Richtung Halle oder hinter Richtung Halle? Nee, am roten Haus. Er ist nicht hinter der Halle hoch. Er ist nicht den Berg hochgelaufen. Das hätte ich gesehen. Nee, dann ist er hier in diesem Doppelhaus drin. Ey, keiner von den Panaman an. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Ja, hier oben. Mach Tür auf. Wo? Zweites Gebäude? Wie hat er das gemacht? Hier drinnen. In dem Gebäude. Er ist da drinnen. Er ist da drinnen. Ich schieß ihm die Tür weg hier. Ich öffne Granate rein. Ja, der ist gleich um die Treppe. Treppe oben. Geht er weg. Die ist direkt vor mir gelandet. Endlich habe ich den Scroll. Hier ist noch ein Red Dot. Hier ist noch 5.56er Ammo. Hier nehme ich. Angeschlossen 2er Wester. Hier ist noch eine Pen und eine M4. Eine Pen nehme ich. Ach so, ich habe einen Helm liegen lassen. Ich glaube. Hat jemand ein größeres Scope als Red Dot? Hier ist noch eine Mini. Hier ist noch jemand eine Mini haben wir. Die Mini hole ich mir. Wir werden eine SKS haben. Wecktor sie auch noch. Obwohl es macht keinen Sinn, wenn ich jetzt eine andere Waffe nehme. Ich bleibe bei der Mini. Bei der SKS. Ich glaube nicht, dass sie hier alles gelootet haben. Haben, Dion. Ich habe hier gerade einen Gleierhelm gelootet und so. Ich brauche auch noch einen neuen Zweierhelm. Ich habe hier noch einen 5.56er Ammo. Aber hier war noch ein zweites Team. Ich kann 5.56er abgeben. Ja. Habt ihr gehört? Ja. Ja. Willst du haben? Komme ich zu dir. Hier. Weil der Typ, der erschossen wurde, kam mich oben von der Lagerhalle. Ja. Ich habe übrigens 2 Booster übrig. Also einen Booster übrig. Und einen 1st Aid. Kann ich auch abgeben. Ich habe einen 8er Scope. 1st Aid kannst du mit Hoffen einfach gehen. Ich sammle das auf. 8er würde ich nehmen. Dann gibt das 8er mal der K. Na ja, schau wie ich auf meine Ozi. Easy. Was du da mit Fernkills ey. One Shots. One Flicks. Ich habe übrigens noch einen Red Dot übrig, wenn das jemand haben will. Ja. Tief. Ja. Ich habe so ein paar Red Ops gefunden. Ich habe nämlich einen Scope. Und das wird jetzt ein 2er Win. Eiskalt. Jetzt hast du es gejinxt. Eiskalt und nicht piss warm. Urin Win. Dreifach destilliert. Ja. Dank dir. Und die Hilfe, als du brauchst. Was zur Hölle wird aus Urin, wenn man den dreifach destilliert? Mega Urin. Eiskalt. 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 Sure ist offen. Och geil. Deswegen brauchen wir noch einen Holoside. Manche sind offen. Manche nicht. Mal fertig bisschen komisch ja die waren definitiv nicht in allem drin weil ich habe gerade einen silencer für meinen prümen badstock auch jetzt noch ein scope ist wieder offen die waren noch nicht überall aber keine ahnung teilweise wahnsinn gebäude den haben aber nicht alles mitgenommen ich bin bei dir weg da wäre drüben auch schon offene türen ich habe keine ahnung ob die überhaupt wissen was ein schema ist so wie die hier durchgerannt sind ja es wirkt so ein bisschen einfach stupend durchgelaufen aber die ist ja dumm durchgeblick können wir warten gucken wo die sorgen uns hinführt wir haben ja auch in der garage richtung schule aber richtung schule sieht so ein bisschen sehr sehr ruhig aus rein theoretisch sehen können wir hier kämpfen und im jeep herangefahren sehe ich gerade sie haben post ja ich weiß sie haben post ja ich weiß sie haben post ok ich weiß sie haben post ich kann ich lösen vierfach i take it i take it nein hat jemand noch eins über wie ist gleich alle kommen wie geil ich bin zweifach über enemy spotted enemy spotted wo westen zwischen westen 285 ganz hinten bei der straße bei der bus haltestelle sozusagen ich komme zu euch sind sie am arsch der zählten wo 8 5 die andere richtung da von wo wir hergekommen sind quasi genau der spiel an der straße sind sie gerade ich sehe es laufen wenn ihr dich rein einer zumindest atemlos durch die nacht ich könnte in welche richtung westen westen und die laufen weiter nach westen nach links noch verstraße ich könnte theoretisch sehen schießen aber der rentrichtung waterworld wir laufen da rein echt das war ein hit oder ich der erste schuss sorry wieso sorry oder eigentlich daneben schießen der mann auch 762 zur not so weiß ich nicht 15 schuss ich kann nicht ich habe ich den kuczynki verkehrt mit dem auto kann der 30 geben ich habe keine 762 waffe wollen wir noch school looten na 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 school ist nicht du wirst doch jetzt 762 haben oder hallo hm wolltest du nicht 762 gerade haben ja ja sorry sorry ich bin ein bisschen brain dead manchmal ja ja dank dir alter 30 schuss bist der beste man ja hab ich irgendwann aufgenommen ich hole mal das auto wenn ich dabei sterbe ja fuck me auto unseres are you fucking retarded ja entschuldigung dachte ich gerade kaputt dass das arbeitsamt einen umzug bezahlt hehehehe steigt mal bitte ein wollen wir nicht zwei autos nehmen nö ffff dann machen wir das auto what the fuck das ist ein flugzeug wir sind alle sind wir nicht alle drinnen ok what the fuck ach pochinki sagt mit dir ja davor wieder vor ein wieder ein hier vorne links die häuser ja ja 75 300 meter ja da links also oh mein gott ey du fährst echt wie ich zu anfang alter nur dass du keine menschen ein stück rechts ein stück rechts geradeaus 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 er steigt jetzt auch erst mal gucken wo ist das ding hinten nur so sehr links rechts da mark blauen mark fahr Richtung blauen mark man links nicht 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 so genau nur die richtung links 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 ich hab das schon gemerkt ihr müsst jetzt ungefähr über ja jetzt ist ziemlich genau über uns hier krass irgendwo der ganze anhalte ich stehe schon wir sterben halte ich wahrscheinlich ja ich achte hier über die rage mal gucken ich lute so fuck you wie gesagt m24 meins fick dich heute wäre eigentlich nur sowas wie rusa zum beispiel die kannst du haben da hab ich grad keinen bock drauf echt dann ich bitte dich grazer dann brauche ich ein bisschen attachments oder beziehungsweise kannst du nur einen schalldämpfer vorne drauf machen hier 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 556 halber habe ich genug schmeiß raus schmeiß raus schmeiß raus ja aber ich brauche jetzt das andere 762 ich kann dir hier 50 schuss hinlegen bitte nice dann kann ich dir nicht geben hier liegen noch 119 schuss soll ich die mitnehmen für jemanden ja ich nehme die mit ja pack ein ich kann die mitnehmen kommen wir auf euch zu jetzt hier packt ein so viel ihr könnt das ist die krasseste waffe überhaupt könnte ich hier ich möchte nur noch mal dran erinnern was ich gemacht habe was du selber vorbeigefahren ist ich glaub du warst dabei Fell oder ja ja das war geil alter 3 stück ratz das waren 4 3 hast du gleich weggeballert den vierten hast du nach hier sind noch 50 schuss Ben mhm hier 5 und 6er äh Viktor warst du auch dabei danke ja ja Viktor war auch dabei Ben weißt was ich letztes gemacht hab ich hab's genau verstanden ich hab vier Leute umgebracht mit einem Magazin mit der Kronzer er zieht halt fast nicht nein ja das ist ein Laser jetzt wurde da dafür sowas gemacht lass mal aussteigen ach guck mal da ist der Rob ja da sind auch Leute vor allem unser neben wo 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 Richtung direkt dran direkt drinnen süden 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 ich hab's halt keinen scope dafür ich hab red動 das geht schon 3 oh zu wasten. Ich würde da niemanden laufen mehr von denen. Der ist nach rechts gelaufen, ne? Ja, der hat hinter den Bäumen geschützt. Das Auto, was dort steht, ist doch auch meine Sicherheit von denen, oder? Ja. Von mir aus können wir erstmal ein bisschen langsamer hier vorgehen. Wir müssen jetzt nicht hier durchsprinten. Ich brauche eigentlich ein Gebäude nochmal so ein bisschen. Ich würde sagen, hier die vor uns direkt, die hier. Die drei? Gut, die drei roten auf Süd-Osten. Genau, vielleicht ist er ein bisschen mehr. Die werden uns jetzt spotten. War nur einer, der gelaufen ist, deswegen... Richtig ein bisschen unschlüssig, dass nicht die Kumpels irgendwo anders waren. Du läufst da auch so mit der K. Hier ist ein Ort. Hier ist ein Zweier. Hatten wir noch ein Zweier- Zweier-Scope irgendwer noch gehabt? Ich glaube ich. Ich habe ein Zweier-Scope. Noch zu mir kommen. Na gut, ich bin bei dir. Drop, drop. Ach, du bist hier drin, Löl. Jupp. Auf und aus, ne? Na, 5-5-6er, eine Zweier-Weste. Zweier-Weste wäre ganz gut. Sound geht jetzt zu, aufpasse. Hier ist ein Triferscope. Ja. Die haben uns auf jeden Fall gespottet. Ich bin auch gehatet worden. Triferscope auch. Hat ne K. Äh... Südwesten. Westen. Ja, ne K. Aber sind relativ nah dran. I'm dropping. Die sind in dem anderen. Hier bei mir oben. Hinten rechts. Hier. Ich kann marken, wo die anderen waren. Ja bei Rot waren die. Netzgelb auch noch mit markiert. Hier. Ja. Ich freu mich nicht an. Ich bin sensibel. Oh, ich brauche AK, Moni. Doch unnormal. Oh, Südwesten hast du gesagt. Ich habe das Geld markiert. Oh, hier ist auch noch ein Viererscope. Ja, letztlich habe ich zückerlich. Ich habe das Gefühl, dass wir einer der beschissenesten Prosis geworfen haben. Ja, weil wir von rechts links da... Das wird theoretisch gesehen bis nach Grün gehen. Da haben wir eigentlich eine gute Posey. Ja, die Zone wäre dann... Jaja, das ist okay. Mal laufen durch sein Schussfeld wieder, ne? Also ich habe auch dort wieder nur einen gesehen. Ich weiß nicht, ob da mehr sind. Ich sehe nicht. Wir standen mitten zwischen den Häusern. Weil die uns hier natürlich bewegt haben. Lass uns das machen mit Grün, Mann. Er ist in dem grauen Haus. Grünes Dach. Da ist er oben drin. Aber der hat mindestens ne... Vor uns wischen. Da zum gelben Gebäude. Der hat mindestens ne... Aus Richtung 300. Mhm. Wie gesagt, pass auf. Ja, am Stein, am Stein, pass auf. Ich habe nur einen gesehen. Am Stein, am Stein ist da noch einer. Mich hat mich... Ja, natürlich. Am Stein direkt. Ich habe keine Metzen mehr, Mann. Direkt am Stein 300. Ich sehe den Stein nicht. Noch einen Schuss, ich bin tot. Fell, bleib... Bleib in Deckung. Nein, dass der mich so gut hittet, Alter. Ich habe ihn getötet. Ja. Der hat die K gehabt, Alter. Ich brauche nur die Schuss. Achso, du hast... Das ist was dickeres. Das ist eine M24. Der hat mich nur in die Hände geschossen. Brauchen wir jetzt... Äh, war da nördlich. War da nördlich noch... Noch jemand, der läuft. Weiter oben. Ich habe ihn ausgenockt sogar. Auf 300 von uns aus. Zwischen den Bäumen. 300? Ja, bestimmt nochmal 100 Meter berghoch. Hat der der Schuss? Der hat uns nicht gesehen, aber ich habe... Der hatte gesucht nach uns. Der hat irgendwie Schuss gehabt. Ich habe die jetzt selber genommen. Weil ich einen 24 habe. Kannst du mir ein bisschen was abgeben? Kannst du mir ein bisschen was abgeben? Ja, nicht. Okay. Wo? Welche Richtung? Zwischen 300 und Nordwest. Ja, dann lass uns das mal machen. Scheiße. Lass eben safe reingehen und alles austauschen. Ja, ich mache den gerade. Also ein bisschen habe ich noch. Ich booste mich. 50 Meter über den Philandrian. 50 Meter? Ja. Ah ja, gekillt. Das war der ausgenockte. Zone kommt, Jungs. Passt auf. Aber direkt bei dem ausgenockten war der andere Dude auch am Baum. Jaja, ich sehe ihn da. Ja. Die Acht auf unseren Arsch. Die Acht auf unseren Arsch. Die Acht auf unseren Arsch. Hier ist ein Achtfachstopp. Ich bring es dir mit. Wer auch immer das haben will. Ich nehme es. Ich heb dich auf. Ich habe zwei First Aid Kits. Eins nutze ich. Ich habe einen Mad Kit. Das kann ich dir droppen, ne? Ja, nehme ich. Nehm ich. Ansonsten Fresse halten. Weitermachen. Genau. Stress fangen wir an, wenn wir halbwegs safe sind. Ich habe einen Schalldämpfer vor mir. Ich habe einen Kopf im Blick. Rechts von euch. Nice. Ich bin ausgenockt. Ja, rechts, rechts, rechts. Ab ihn. Da ist noch einer. Weiter unten am Baum. Weiter unten am Baum. Weiter unten am Baum. Der ist genockt. Genockt. Unten am Baum. Ab ihn. Weiter, Leute. Nice. Auch AK Muni. Geht nur noch auf Südwesten. Straight Südwesten. Aufpassen. Geh mir nur die AK Muni. Nimm, 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 nimm. Ich muss mir einen Booster reinballern. Äh. 285. Laufen, Leute. Oha. Geh mir gespottet. 285. Hier ist ein Dreier. Rucksack, wenn noch jemand möchte. Warum kläffen meine Hits nicht? Wo ist der? Auf 285. Hab ihn gekillt. 285 ist down. Ich kriege Schüsse aus 240. 195. Direkt vor uns sind welche? 240. Süden. 240. Und auf Süden. Es sind Schalldämpfer. Hinter der Ridge? Oder wo? Ja. Hier. Auf links. Auf links. Ich bin da. Ich brauche Hilfe. Jetzt oder? Ne, ne. Lass mich nicht liegen. Ich bin genau. Außer irgendwer sagt, er will mir nur von den Bremsen. Ich komme. Alter. Alter. Ne, ich gehe zurück. Sorry. Der Großer hat mich weggehauen. Ja, den habe ich gerade noch genockt. Ja, irgendeiner schießt hier aber auch noch. Verdammt. Hinter der Ridge, die zwei Dudes. Aber nicht. Kriegst du mich safe, ne? Ja, ich denke schon. Hinter der Ridge immer noch einer. Ja. Ja, ja. Ja. Oh shit. Ah, da war mein Name. Oh, das war, das war Potato Ben. Ja. Nice. Wurde ich hingekillt. Sind noch zwei Gegner. Fell, heb Ben auf. Victor, pass auf das hier ist nicht nur das Schweren. Ja, wie? Ich bin viel zu weit weg. Geh dich bitte instant. Ja. Werd ich auch tun. Ein Baum direkt ist da, ne? Ich weiß nicht. Welche Richtung? Hier hinter. 65. Genau da, wo ich die Näschen werfe. Okay, ihr habt nur noch einen auf die... Ich gehe nach Norden. Jungs, stellt euch in die Zone, lasst den. Komm. Ich schiele mich, Jungs. Warte hin. Wo? Wo? Ich denke Süden, oder? 1-5-0 ungefähr, Ben. 1-5-0. Ben, ziel dahin. Das ist der letzte. Muss da ein Baum sein, ne? Muss. Nein, der ist weiter. Ben, schau mal auf 1-5-0. Ja, ja, ich wollte ein Stück noch. Bin einmal gehittet, jetzt beendet es. Seh ihn nicht. Ich wusste. 1-2-0. Südosten, direkt auf dem Feld. Vor dir, Ben. Hab die Umfahrt raus. Hab ihn. Ich hab ihn nicht gesehen. Ja. Ich hab ihn nicht gesehen. Du sah auch nicht. Ich hatte... Ja, Ben, du hattest ihn nicht. Ja, du hattest ihn nicht. Ich hab ihn nicht gesehen. Ich hab ihn nicht im Visier. Ja, aber vier Kills ist okay für mich. Ein Kill. Woooo, I'm trashin. Jedes Mal geschossen und dann hat jemand anderes den Last-Hit gemacht. Ja, das war ich wahrscheinlich. Ich hab ihn nicht. 130 Hitmarker, ey. Ich hab 58 und vier Kills. 90 Hitmarker, zwei Kills. Das ist egal, ey. Ich hab sieben Kills. Wenn das win. Mit M24 macht irgendwie mehr Spaß zu spielen, als mit der Kai. Ich weiß nicht warum. Kugel fliegt schneller. Kugel fliegt schneller. Ja, das ist unter anderem und die Kugeln fliegen schneller. Ja, die ist wie die AWP von Kugel. Bullet Time, ne? Kommiss in, dafür haben sie geplant. Das geht halt. Kommiss nach, kann man so nicht elected.